Willkommen zu diesem Blender-Tutorial. Ich bin Ali, euer 3D-Tutor und ich zeige euch heute, wie man einen Blender modellieren kann. Wir befinden uns im Object-Mode und sehen den Würfel hier in der Starter-Szene vor uns und springen, nachdem wir den Würfel mit der rechten Maustaste ausgewählt haben, direkt in den Edit-Mode, indem wir hier über den Button gehen oder indem wir die Tab-Taste drücken. Das wird hier unten auch angezeigt. Wenn man die Tab-Taste drückt, kann man zwischen Object-Mode und Edit-Mode hin und her springen. Wir bleiben im Edit-Mode und können jetzt die Punkte, die Kanten und die Flächen verschieben, bearbeiten, vergrößern, verkleinern, je nachdem, was wir möchten. Und das geht über diese drei Funktionen hier. Das hier zum Verschieben, das hier zum Rotieren, das hier zum Skalieren. Das gleiche ging auch über einen Tastenkürzel jeweils. Zum Verschieben kann man entweder hier halt auf diesen Button klicken und dann entlang der jeweiligen Achse verschieben oder wir drücken auf G und verschieben die Fläche. Wir könnten auch auf G und dann auf Z drücken, um entlang der Z-Achse zu verschieben, X, um entlang der X-Achse zu verschieben oder Y, um entlang der Y-Achse zu verschieben. Wenn man dann noch zusätzlich eine Zahl eingibt, kann man um bestimmte Blendereinheiten, das hier ist eine Blendereinheit, dann kann man um bestimmte Blendereinheiten verschieben. Also wenn ich G, Y, 2 drücke, dann verschiebt er entlang dieser Y-Achse um zwei Einheiten die Fläche. Wenn ich jetzt minus 2 drücke, dann verschiebt er in die Richtung G, Y, minus 2, dann verschiebt er die Fläche in diese Richtung um zwei Blendereinheiten. Wenn ich den hier G, Y, 2 verschiebe, dann verschiebt er den um zwei Einheiten noch da. Das gleiche kann ich eben auch mit Skalieren machen. Ich kann diese Fläche entweder hier rüber skalieren oder aber mit der Taste S auf der Tastatur kann ich diese Fläche skalieren. Dann auch mit Zahlen, wenn ich wollte. Oder entlang der Y-Achse, wenn ich Y drücke. Oder entlang der X-Achse, wenn ich X drücke. Oder entlang der Z-Achse, in diesem Fall ist das ein bisschen schwer. Ja, man könnte das gleiche auch im Object-Mode machen mit dem Skalieren oder dem Verschieben. Aber dann verschiebt man nicht mehr die einzelnen Komponenten, also die Punkte, Kanten und Flächen des Objektes, sondern das Objekt selber. Dann gibt es noch zwei Funktionalitäten, die sehr, sehr wichtig und entscheidend fürs Modellieren sind. Das ist das Extrudieren und das Einfügen von Kanten. Das Extrudieren ist das Extrudieren von Flächen. Ich wähle mal eine Fläche aus im Face-Select-Mode. Im Flächenauswahl-Modus wähle ich eine Fläche aus mit der rechten Maustaste und drücke auf E, um eine Fläche herauszuextrudieren. Ich kann hier jetzt einfach eine Fläche rausziehen und kann dann einfach anfangen, beliebig Flächen aus dem Objekt herauszuziehen. Immer mit der Taste E, das ist ganz einfach. Kann man einfach mal ein bisschen ausprobieren und sich hier, ich weiß nicht, dann macht man das hier ein bisschen kleiner mit der Taste S. Skaliert man sich hier so ein Raumschiff aus Star Wars oder was weiß ich. Extrudieren. Sieht vielleicht nicht mehr ganz so gut aus, aber wir machen es noch ein bisschen kleiner. Dann extrudieren wir hier was raus, skalieren das. Extrudieren hier was raus, skalieren das. Jetzt sieht das aus wie so ein Star Wars Raumschiff. Ja, dann könnte man jetzt anfangen, die Funktion des Einfügens von Kanten zu nutzen. Das ist nämlich die zweite entscheidende Funktion beim Modellieren. Das funktioniert über Ctrl-R. Wenn man Ctrl-R drückt, dann kann man Kanten einfügen. Ich habe noch nichts gedrückt, das heißt, ich fahre hier nur über Kanten rüber und dann zeigt er mir, dass ich über diese Kante einen Ring von Kanten werfen kann. Also wenn ich hier jetzt klicken würde, würde er hier eine Kante einfügen. Ich klicke einfach mal an dieser Stelle. Klicke, kann jetzt noch aussuchen, wo auf dieser Seite ich die Kante anlegen möchte. Ich lege das mal hier so an und füge mit Ctrl-R eine zweite Kante ein und lege die mal hier so an. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Ich drücke einmal Ctrl-R. Wenn ich jetzt noch das Scrollrad hinzu betätige, dann kann ich entscheiden, wie viele Kanten ich einfügen möchte. Ganz langsam scrollen, sonst ist man schnell mit vielen dabei. Ich mache einfach mal zwei und drücke hier so. Ja. Jetzt könnte ich, da sie beide noch ausgewählt sind, über Skalieren. Das hier so ein bisschen verkleinern. Und wenn ich mehrere Kanten auswählen möchte, kann ich das über die rechte Maustaste, dann Shift, die nächste Kante auswählen, Shift, die nächste Kante auswählen, Shift, die nächste Kante auswählen. Also dann das gleiche nochmal hier. Shift, nochmal Shift. Ich zoome mal hier ein bisschen rein, um da wieder heranzukommen. Jetzt habe ich die auch ausgewählt und könnte die skalieren. Ich breche das kurz mal ab, um zu zeigen, dass das Auswählen von Kanten teilweise auch schneller gehen kann. Ich drücke einfach auf Alt, auf diese Kante und dann wählt er den ganzen Ring von Kanten hier drumherum aus. Und das gleiche mache ich auch nochmal hier mit Alt. Na, jetzt kann ich nochmal Shift, Alt drücken und kann dann diese Kante auch zusätzlich auswählen. Skaliere das Ganze jetzt so ein bisschen rein. Und woran erinnert mich das jetzt so ein bisschen? Ich füge hier nochmal eine Kante ein, die ich skaliere, so ein bisschen größer mache. Wähle diesen Ring von Kanten hier jetzt nochmal aus. Mach das jetzt vielleicht doch nochmal ein bisschen größer. Und jetzt wähle ich mit Ctrl-Tab-3, springe ich zu dem Flächenauswahlmodus hier, wähle eine Fläche aus, die ich heraus extrudiere. Die mache ich mal ein bisschen kleiner an dieser Stelle. Extrudiere weiter. Und noch weiter. Jetzt habe ich hier sowas wie ein Schwert. Ja, probiert das einfach mal ein bisschen aus. Wenn ihr jetzt zurück in den Object-Mode springt mit Tab, könnt ihr hier euer fertiges Objekt sehen. Ihr könntet jetzt beispielsweise mit Shift-D könntet ihr euer Objekt duplizieren. Und dann entlang der x-Achse, ich drücke jetzt einfach auf x, verschieben. Oder entlang der y-Achse, Shift-D, y, könntet ihr euer Objekt verschieben. Und wenn ihr jetzt an der Position, wo ihr hier seid, auf Ctrl-Alt-0 drückt, dann verschiebt ihr die Kamera, die eben noch hier gewesen ist, an eure Position und könnt mit F12 testen, wie euer Objekt als berechnetes, gerendertes Bild aussehen würde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mit Escape kommt ihr zurück in die Ansichten, in der ihr vorher wart. Probiert einfach mal ein bisschen rum und schaut, was ihr erreichen könnt.